Hi und herzlich willkommen in diesem Video. Ich möchte dir in diesem Video einen ganz kurzen kleinen Tipp mit auf den Weg geben, wenn du gerne mit Alpha-Kanälen arbeitest oder mit Masken. Also allgemein mal so ein kleiner Tipp zum Thema freistellen. Genau, ich habe es ja gerade schon angesprochen, es ist eigentlich ein Tipp, der bezieht sich auf Masken oder auf Alpha-Kanäle. Und da springen wir am besten einfach mal rein. Ich habe jetzt hier einmal dieses Bild geöffnet. Und angenommen, wir wollen diese Mühle und diesen Baum ganz schnell vom Hintergrund trennen, weil wir den Hintergrund eigentlich gerne irgendwie heller haben wollen oder die Farbe ein bisschen verändern wollen. Jetzt ist es ja so, ich könnte jetzt hergehen, könnt mit dem Zauberstab, Schnellauswahlwerkzeug und was es nicht alles gibt, hier versuchen eine Auswahl hinzukriegen. Wir konzentrieren uns jetzt aber mal auf die Alpha-Kanäle. Das heißt, wenn wir jetzt eine Maske erzeugen wollen, müssen wir das irgendwie so hinkriegen, dass der Hintergrund der Himmel weiß ist und alles andere im Vordergrund schwarz. So, und das machen wir, indem wir uns einfach einen Alpha-Kanal zum Beispiel mal raussuchen, der eigentlich schon ein gutes Kontrastverhältnis hat. Ich gehe jetzt nicht auf die Kanalberechnung oder so ein, da könnten wir uns wahrscheinlich auch eine relativ gute Maske daraus errechnen lassen, sondern ich würde dir wirklich einfach mal einen anderen Weg zeigen mit dem Pinsel. So, den Blau-Kanal, der gibt mir auf jeden Fall die besten Kontraste. Also wenn ich mir das hier oben jetzt mal angucke, das hier unten ist mir eigentlich relativ egal, aber hier oben, also auf hier oben bezogen ist der Blau-Kanal eigentlich der beste für mich. Deswegen dupliziere ich mir den einfach mal, um ihn jetzt zu manipulieren. So, auf diese Blau-Kopie wende ich jetzt einmal eine Tonwertkorrektur an. Das heißt, ich gehe auf Bildmodus, nee, Bildkorrektur, Tonwertkorrektur und versuche jetzt mal über diese drei Regler den Kontrast recht gut zu erhöhen. Ja, und das funktioniert schon mal ganz gut, wenn ich die Lichter einfach mal nach links ziehe. Wir sehen zwar, dass die Mühle jetzt auch mit heller wird und das Ganze hier so einen leichten, so einen hellgeren Touch kriegt, aber das werden wir gleich mal korrigieren. Die Mitteltöne vielleicht noch ein bisschen nach rechts schieben. So, ist ja schon mal gar nicht verkehrt. Hier haben wir ein schönes Kontrastverhältnis zwischen weiß und schwarz. Hier oben hat es noch nicht ganz so gut funktioniert, aber das werden wir jetzt einfach mal optimieren. Und zwar machen wir das mit dem Pinsel. Ich nehme jetzt einfach mal den Pinsel und jetzt haben wir hier Vordergrund- und Hintergrundfarbe, weiß und schwarz. Maske funktioniert ja so, alles was schwarz ist, wird quasi ausgeblendet von unserer Ebene und alles was weiß ist, wird eingeblendet. Wenn wir den Hintergrund manipulieren wollen, wie gesagt, müssen wir jetzt dazu, müssen wir zusehen, dass wir den Hintergrund weiß kriegen. Und wenn ich jetzt die Vordergrundfarbe weiß wähle und das Ganze hier einmal drüber male, dann funktioniert das ja ganz gut, außer ich komme in den Bereich meiner Mühle. Dann werde ich hier nämlich ganz schnell in meine Mühle reinmalen. Und das bedeutet, dass ich jetzt hier eigentlich ziemlich detailliert vorgehen müsste, um das einmal so freistellen zu können. Aber du kannst einfach auch den Pinsel mal benutzen und den Verrechnungsmodus ändern. Wir haben nämlich nicht nur normal, sondern auch alle Verrechnungsmethoden, die uns für Ebenen ebenfalls zur Verfügung stehen. Und das können wir uns zunutze machen, wenn wir jetzt nämlich auf unserem Alpha-Kanal den Pinsel im Modus beispielsweise ineinander kopieren anwenden. Ineinander kopieren ist eine kontraststeigernde Methode. Und das bedeutet, wenn wir jetzt mit Weiß in unser Bild malen, werden alle Bildelemente verändert, die heller sind als 50% Grau. So, das bedeutet, wenn ich jetzt hier in meinen Himmel male, dann wird er tatsächlich weiß. Und komme ich jetzt im Bereich meiner Mühle, dann wird die teilweise verschont. Sie wird ein Stück weit mit aufgehellt, aber da können wir jetzt gegensteuern, indem ich jetzt einfach die Farbe schwarz nehme. Und jetzt passiert genau das Gegenteil. Ich dunke meine Mühle ab. Und du siehst jetzt hier unten, was passiert. Meine Mühle kriegt eine wunderbare Soluette in dem Bereich. Wir haben wirklich reines Schwarz. Und der Hintergrund, ich kann hier, also ich male jetzt hier wirklich drüber und hier passiert nichts. Der bleibt einfach weiß. Und hier oben, ja gut, hier oben müssen wir dann ein bisschen feiner rangehen. Und hier würde ich das erstmal aufhellen, dass wir hier einen ziemlich großen Kontrast schaffen. Und jetzt mit Schwarz quasi einmal hier leicht drüber pinseln. So, das war jetzt nicht ganz optimal hier oben. Aber mir geht es einfach mal darum, dass du das Prinzip verstehst, dass du mit dem Pinsel eigentlich deine Maske, dein Alpha-Kanal super vorbereiten kannst. Und wenn ineinander kopieren zu stark sein sollte, dann nimmst du einfach weiches Licht. Und weiches Licht fällt wesentlich angenehmer aus. Da ist die Verrechnung nicht so brutal, sage ich mal. So, das war jetzt alles sehr quick and dirty. Ich gehe jetzt hier mal ganz weit zurück. Beziehungsweise ich lösche einfach nochmal den Alpha-Kanal und mache das nochmal. Und zwar jetzt ein bisschen ordentlicher. Ich wollte dir einfach kurz das Prinzip zeigen. Also, Tonwertkorrektur aufrufen, Kontrast anheben. Das sieht doch ganz gut aus. Und jetzt nehme ich mir den Pinsel und nehme den Modus weiches Licht, Farbe Schwarz. Damit fange ich an, um hier über meine Mühle mal drüber zu malen. So. Jetzt switche ich mit der Taste X auf die Vordergrundfarbe Weiß. Um diesen Bereich hier einmal vorzubereiten. Jetzt switche ich wieder zurück auf Schwarz und dunkel den Bereich hier ab. So. Genau. Jetzt gehe ich wieder auf Weiß und male den Rest hier auf Weiß. So. Jetzt gehe ich hier in meine Mühle rein. Und da sehe ich schon, dass ich Bereiche habe, die ich nicht abdunkeln kann. Das sind nämlich diese Lichter. Das ist reines Weiß. Da müsste ich dann am Ende mit reiner schwarzer Farbe nochmal drüber malen. Das machen wir gleich. So. Aber mir ist hier einfach mal wichtig, um dir die Methode zu zeigen, dass du den Pinsel auf einen anderen Verrechnungsmodus setzen kannst, um so deine Maske zu optimieren. Und ich wechsle jetzt mal in den Modus Normal, um hier unten jetzt das komplett schwarz zu machen. Auch in dem Bereich hier darf das ruhig ein bisschen weicher auslaufen. Das ist okay. Und diese Bereiche, die male ich jetzt mit schwarz komplett aus, weil die liegen in der Mühle. Das sind die Lichter, die einfach brennen. Und so einfach haben wir die Mühle jetzt freigestellt. Wenn ich mir das jetzt mal als Auswahl ziehe und jetzt beispielsweise mal eine Farbbalance anlege, dann kann ich jetzt ganz einfach die Farbe von meinem Hintergrund ändern, ohne dass die Mühle oder der Baum davon betroffen sind. Es gibt natürlich viele andere Möglichkeiten noch, das Ganze einmal vorzubereiten. Du kannst mit Luminanzmasken versuchen, das Ganze dir super tolle Maskenfeuer zu erzeugen oder über Kanalberechnungen eine gute Ausgangsbasis zu schaffen. Da musst du einfach mal ein bisschen rumprobieren. Wichtig ist, dass du für dich weißt und verstehst, dass du den Pinsel auch in andere Verrechnungsmethoden bringen kannst. Und das Geniale ist, ich habe dir das jetzt nur auf Ebenenmasten oder auf Alpha-Kanäle gezeigt, aber du kannst das Ganze auch auf Ebenen anwenden. Das heißt, auch mit Farben. Das ist eine andere Thematik. Das kannst du am besten selber mal ausprobieren. Und vielleicht hat es dir was gebracht. Lass mir gerne einen Daumen da. Abonnieren den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao.